Die Leute lieben Fisch, aber nicht jeder weiß, wie man den perfekt zugreifen kann. Ich habe jetzt eine Methode für euch ausgesucht, liebe StarCook-Fans, die ist wirklich perfekt. Und zwar, wir nehmen erstmal ein Backblech und geben auf das Backblech drauf Olivenöl. So, was machen wir dann drauf? Dann machen wir drauf gehackten Knoblauch, ein bisschen Rosmarin nochmal dazu schneiden und Thymian. Ganz fein schneiden. Jetzt streuen wir das hier so schön ins Öl rein. Dann nehmen wir unsere beiden Fischfilets. Ich habe hier Ludemere-Fischfilet. Ja, so. Ich tue das jetzt hier schön so gleichmäßig marinieren mit dieser Marinade. Seht ihr? So schön marinieren, ja? Jetzt mache ich darauf erstmal Pfeffer. Pfeffer. Und Salz. Schön gleichmäßig drüber salzen. Und nach 10 bis 15 Minuten seht ihr das. Ich teile den jetzt mal. Guck mal hier. Guck mal hier. Ich bin einfach nur glücklich. Guck mal hier. Untertitelung. BR 2018